Hallo, ich heiße Ping Wen-Ling. Hallo, ich heiße Tonga. Ich heiße Enthya. Guten Tag, ich habe sehr viele Probleme. Zum Beispiel, ich möchte nach Taiwan fahren, aber ich weiß nicht über Taiwans Kunst. So, was soll ich machen? Keine Angst, wir haben eine App. Diese App heißt Checking. Wenn du mehr über Kunst in Taiwan kennenlernen möchtest, kannst du den Button klicken. Und dann wird die App dir die Kunst zeigen, zum Beispiel die Gewirkungen und die Eingeborenen. Ja, was willst du noch wissen? Ich möchte mehr über Essen wissen. Du kannst diese Button klicken, zum Beispiel, das ist Mango Eis. Es gibt Fellen Obst in Taiwan und das ist Lu Yow Fan. Wow, so cool. Ich kann jetzt diese App benutzen. Wenn ich nach Taiwan fahren möchte, muss ich Reiseinformationen suchen. Dann kann ich diesen Button klicken, oder? Ja, wichtig. Wenn du den Button klickst, könntest du das Werte, die Landkarte, der Transport, der Preis von Taiwan sehen. Lass es mich dir sagen, der Landkarte klicken und du kannst Taipei oder Taiwan klicken. Danach kannst du hier klicken, das sind zwei bekannte Selbstwichtigkeiten, zum Beispiel Taipei 101 und Taipei Zoo. Das sind die Informationen. Und du kannst auch Tainan anklicken. Das sind zwei bekannte Geschichten. Das ist Milkfish, Kongji und das ist Ampingkesto. Ich möchte es selbst ausprobieren. Kann ich? Geh nie. Ich möchte weitere Informationen suchen, dann klicke ich in diesem Button. Wow, das ist so wunderschön. Das ist cool, oder? Mach weiter. Okay, danach klicke ich Transport an. Da gibt es Taxipreise und MRT und Busstecke. Du kannst sogar nicht flog presen, suchen hier. Die App ist sehr praktisch. Ja, die Leute können es alle suchen durch diese App. Möchte er diese App auch probieren? Das ist alle. Dankeschön. Applaus Das ist alles. Das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020